Shorten will gelernt sein, ist meine heutige Devise und ich erkläre dir auch ganz genau, worum es geht. Es geht um den Volatilitätsindex und wie du mit einer hohen Wahrscheinlichkeit richtig liegst, beziehungsweise wie das Risiko nach unten etwas abgesichert ist. Also viel, viel besser als einfach nur stumpf short gehen. Man kann außerdem damit seine Aktienposition hedgen, was sonst eben wirklich nur mit sehr viel Aufwand und sehr viel Kosten verbunden ist. Das zeige ich dir alles. Ansonsten gibt es dann ein praktisches Beispiel, wie du das Ganze im Metatrader umsetzt und dann noch eine richtige Neuerung. Ich glaube, es wird richtig cool und richtig lustig kann das werden. Und zwar ein Tippspiel. Mehr dazu später. Kurz auf das Forex-Signale-Aktiv-Signal schauen. Und zwar war das eine sehr, sehr gute Woche. Im Monat liegen wir aktuell bei 28% im Plus und auf Wochenbasis bei 14,65%. Das war wirklich eine sehr, sehr gute Woche. Wenn dich das interessiert, wie man das abonnieren kann, komm einfach auf meine Seite forexsignale.trade. Es geht darum, um den S&P 500 in diesem Beispiel und den WIX dazu. Der WIX ist der Volatilitätsindex und er misst halt quasi die Schwankungsbreite der Optionen der nächsten im Schnitt 30 Tage. Das heißt, wie stark die bepreist werden, danach richtet sich dann der WIX-Index. Und wie du hier siehst, gibt es hier eine ganz klare Korrelation und auch Kausalität in dem Fall. Das heißt, wenn der S&P fällt, dann steigt der WIX. Und wenn der S&P steigt, dann fällt der WIX. Im Großen und Ganzen. Es gibt auch Ausnahmen, wo man eben zum Beispiel, wo der WIX auch steigt, wenn der S&P steigt. Und zwar ist das im Jahr 2017 häufiger passiert, wenn der S&P, der ist da wirklich fast in einer Linie nur bergauf gelaufen. Und viele Marktteilnehmer trauen dem Ganzen dann nicht. Und dann steigen sie in den WIX ein, um sich abzusichern. Weil im Endeffekt ist der WIX dazu entwickelt worden, zu hatchen, sich abzusichern. Darum geht es eigentlich im Endeffekt. Und zwar darum, dass große Marktteilnehmer, und genauso ist der WIX nämlich auch angelegt, für die großen Marktteilnehmer. In dem heutigen Video zeige ich dir aber, wie du davon auch profitieren kannst und wie du es im kleinen Stil für dich nachmachen kannst. Also entweder, um zum Beispiel den Markt zu shorten, weil du glaubst, okay, ich traue der Bärenmarkt-Rallye nicht. Ich glaube, es wird bald runtergehen. Der Vorteil ist einfach, dass du hier, wie du hier schon eigentlich ganz gut erkennen kannst, das wirst du gleich nochmal ein bisschen besser sehen, nach unten hin ein gewisses Level hast, ja, was selten unterschritten wird. Es kann unterschritten werden, aber im aktuellen Marktumfeld, und das ist hier, wie gesagt, ein Video, wo es wirklich nur darum geht, meine Meinung zu repräsentieren. Und das ist auch keine Anlageberatung, also mach dir deine eigenen Gedanken entsprechend. Aber ich zeige dir halt hier ein Hilfsmittel, wie man vielleicht sich selber entweder hatchen kann, ja, weil man selber Aktienpositionen hat, oder aber wie man eben auch Geld verdienen kann. Und darum geht es ja im Endeffekt, ja. Wie du hier siehst beispielsweise, in den Jahren 2021 ging der WIX auch mal ein bisschen weiter runter. Im aktuellen Umfeld, das heißt, wir haben Zinserhöhungen und Unsicherheit eben in den Märkten, scheint das Price-Level, sei eigentlich schon das Price-Level, ja, etwas höher zu sein. Und dementsprechend sehe ich hier eigentlich aktuell gerade sehr, sehr gute Chancen, ja, den WIX vielleicht mal long zu gehen, mit einer kleinen Position, vielleicht auch mal rein zu testen. Und dieser WIX ist, wie gesagt, eigentlich für große, dieser WIX-Index und der WIX-Future dazu, den man eben auch nur handeln kann, ist dazu gedacht, tatsächlich große Marktteilnehmern einen Vorteil zu geben, sich abzusichern. Weil wenn große Marktteilnehmer anfangen würden, ihre Aktienpositionen zu verkaufen, weil sie der Meinung sind, dass der Markt eben fällt, dann würde das ja eine self-fulfilling prophecy sein, eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und das würde eine Sogwirkung einfach, ja, mit sich ziehen können und das könnte ein Crash auslösen. Und dafür ist der WIX eben perfekt gemacht. Der WIX ist sehr, sehr volatil, ja, das heißt insbesondere, wenn der Markt fällt, kann man wirklich sehr, sehr gutes Geld damit verdienen. Man sieht es hier eben schon. Das war jetzt der März 2020, wo wir die Corona-Krise hatten, aber, und das wird eben oftmals vergessen, auch Spannung mit Saudi-Arabien und Russland. Da ging es auch um Ölpreis und so weiter. Also das kam da alles zusammen. Ich zeige nachher auch nochmal ein Chartbild, wo quasi nochmal längerfristig aufgezeigt wird, wo wir gewisse Spikes hatten, wo es wirklich richtig kribbelig wurde und wo es, ja, eine sehr gute Idee gewesen wäre, vorher einzusteigen, um sich abzusichern. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Wie gesagt, das ist für professionelle Marktteilnehmer gedacht und dementsprechend ist er auch sehr, sehr teuer. Also der WIX Index, hier siehst du es nochmal, oder der WIX Future, bezieht sich immer auf 1000 Kontrakte. Das heißt, wenn du einen Kontrakt hier kaufst, dann bist du bei 19.400. Bei dem Broker, bei IC Markets, ich kann es ja sagen, es ist ja immer mal ein Haus- und Hofbroker, kannst du hier auch wirklich einzelne Stücke kaufen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das Problem ist nicht, dass es 19.400 kostet. Da würde der ein oder andere sagen, das ist ja alles noch in Ordnung, sondern das ist auch sehr, sehr viel Margin beansprucht. Sowohl Long als auch Short. Das ist das Problem, ja. Also es ist nicht mal eben so, ich kaufe jetzt für 19.400 einen Kontrakt, sondern man muss auch eine sehr, sehr hohe Sicherheitsleistung einfach eben hinterlegen. Und hier siehst du es eben auch nochmal, wie gesagt, die Korrelation einfach, wie der WIX quasi, ja, hier beispielsweise der S&P steigt und der WIX dann eben entsprechend aber auch fällt. Kleine Übersicht, wo du jetzt siehst beispielsweise, wo wir jetzt heftige Spikes hatten. Das war hier beispielsweise 2008, das war vor der Corona-Geschichte bisher der mit Abstand höchste Punkt. Das waren die Lehman-Krise beispielsweise. Dann haben wir 2015, das war die Euro-Krise, wo es nochmal eben ordentlich nach oben ging. Und 2018 Wollageddon war das, ja. Da sind viele WIX-Produkte oder Volatilitätsprodukte einfach krachen gegangen, weil gerade im Jahr 2017, und das siehst du hier sehr, sehr schön, haben wir wirklich sonneniedrigen WIX-Stände gehabt. Das ist, ja, unfassbar. Und dementsprechend hat das Ganze jeder gemacht. Und weil es jeder gemacht hat, irgendwann kracht das dann. Und da sind auch einige WIX-ETFs, ETNs etc. krachen gegangen. Ein paar gibt es noch, es sind aber eben weniger geworden. Und wie gesagt, weil das eben tatsächlich da fast jeder gemacht hat, auf einen Fall eine Volatilität zu setzen. Und das lief auch wirklich wunderbar. Aber dann irgendwann, ja, geht es halt so lange gut, bis es irgendwann nicht mehr gut geht. Also das ist hier wirklich mal so ein langfristiger Chart, wo du das eben ja sehr, sehr schön erkennen kannst. Jetzt möchte ich aber auch nicht lange drum um heißen Brei herumreden, sondern möchte dir auch praktisch zeigen, wie du das Ganze machen kannst. Wie ich schon gesagt habe, wenn dich das interessiert, das Thema, nochmal in Tiefe, dann schreib mir das bitte unten in die Kommentare. Wenn genug Kommentare da sind, dass ich das mal machen soll, würde ich da nochmal viel, viel tiefer drauf eingehen. Ja, man kann da noch sehr, sehr viel mehr machen. Doch eins muss ich unbedingt noch zeigen. Wenn dich das Thema interessiert, dann ist auf jeden Fall für dich WIX-Central.com interessant. Weil hier siehst du die verschiedenen Futures. Ja, weil wie gesagt, du kannst den WIX-Index, das ist nämlich dieser hier, nicht direkt handeln, sondern du kannst immer nur die Futures handeln. Und du kannst auch jetzt schon eben, ja, weitaus länger gehende Futures handeln und dich für die Zukunft absichern. Wir sind jetzt hier in Contango, so nennt sich die Situation. Das heißt, der nächste Future ist immer günstiger als der übernächste. Das liegt einfach daran, dass natürlich sich für die Zukunft abzusichern immer teurer ist als kurzfristig, ja. Das kann auch mal eben sein bei der Präsidentschaftskandidatwahl. Beispielsweise war zum Beispiel dieser Future hier weitaus höher als der, weil hier große Unsicherheit bestand. Wie geht die Wahl aus, ja. Danach sagt man sich, wird sich das alles wieder einreihen und es gibt einen sogenannten Reversion to the Mean Effekt. Das heißt, es gibt einen sogenannten Mittelwert, zu dem das Ganze wieder zurückkommt. Und gerade extrem hohe Stände. Ich habe dir übrigens auch ein Video gemacht, das verlinke ich dir am Ende nochmal, wo ich das Ganze sehr, sehr genau beschreibe. Das ist das Gleiche, was ich dir eigentlich oben rechts, ja, schon erwähnt hatte. Aber wie gesagt, am Ende verweise ich dich nochmal darauf, wie man quasi mit der anderen Seite Geld verdienen kann. Also wie gesagt, das ist der WIX Index. Den kann man nicht handeln, sondern nur die Futures. Und wie gesagt, die notieren dann halt eben, je länger sie laufen, immer, ja, höher. Und wie gesagt, dieses Ganze ist hier in Realtime. Das ist kostenfrei. Man kann sich das eben wunderschön angucken. Und jetzt gehen wir aber in die Praxis. Das Ganze ist allerdings nur bei IC Markets möglich. Es mag auch noch den einen oder anderen Broker geben, der das auch hat. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Bei IC Markets ist es auf jeden Fall möglich. Und wenn du dich eben registriert, unten findest du auch den Link, dann sparst du nochmal bis zu 15 Prozent auf die Kommission. Also wie gesagt, noch ein weiterer Grund, sich bei IC Markets anzumelden. So, also hier sind wir jetzt bei meinem IC Markets Konto. Und hier siehst du schon, ja, der heißt eben WIX H3. Das ist eben jetzt der März-Kontrakt. Und ich gebe dir jetzt ein paar Spezifikationen einfach mit. Und zwar dieser März-Kontrakt, der ist eben nur handelbar bis zum, was haben wir hier, 21.03. Ich empfehle dir, in der Woche, wo er verfällt, er verfällt offiziell am Dienstag, eigentlich aber erst immer am Mittwoch vor Handelsbeginn. Also circa 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit verfällt er denn am Mittwoch. Du kannst ihn bei IC Markets allerdings nur noch regulär Montag handeln, eventuell noch Dienstag, dass du es closen kannst. Du kannst keine neuen eröffnen. Und ich empfehle es dir auch tatsächlich dann spätestens am Montag zu schließen. Und wenn du dann weiter diese Idee verfolgst, in den nächsten zu wechseln. Ja, das musst du dem Markt in OL machen. Der ist meistens ein, zwei Wochen vorher, kannst du ihn dann schon handeln. Also wenn du merkst, okay, es sind nur noch wenige Tage, würde ich diesen nicht mehr handeln, sondern gleich den nächsten entsprechend nehmen. Das ist so der einzige Nachteil tatsächlich. Der Vorteil ist, bei IC Markets kannst du eben auch einzelne Stücke handeln. Ja, und das auch wirklich zu einer sehr, sehr geringen Margin. Also das heißt, wenn du jetzt sagst, du, ich zeige dir mal, wie es praktisch funktioniert, gehst du auf Einklickhandel, stellst dir oben ein, wie viel du kaufen möchtest. Sagen wir mal eins, jetzt ist der Markt geschlossen, also das heißt, ich kann jetzt eh nichts kaufen. Das heißt, du gehst dann auf Buy und dann hast du eben eingekauft. Ja, und dann siehst du eben hier auch 19,4, das ist eben genau der Wert. Das heißt, wenn es dann nach oben geht auf 22, ja, dann hast du 3,50 Euro oder 3,60 Euro verdient. Das ist jetzt nicht die Welt, aber man kann es eben auch, ja, bis zu 1000 Stück kann man pro Konto kaufen, glaube ich. Das funktioniert und ansonsten kann man es noch in weiteren Konten machen. Aber wie gesagt, da sollte man jetzt schon ein größeres Konto haben. Also wie gesagt, aus meiner Sicht und wie gesagt, das ist eben nur meine Sicht und ist eben auch keine Anlageberatung, ist tatsächlich aktuell eine gute Möglichkeit, das Ganze zu handeln, weil wir eben gewisse Schwellenwerte selten unterschreiten. Ja, gerade in der aktuellen Zeit mit Zinserhöhungen etc. bin ich der Meinung, dass wir wirklich so um die 19er Marke spätestens zum Stillstand kommen. Das heißt, wenn man jetzt den Wix Long geht oder vielleicht noch ein bisschen wartet, ein paar Tage, bis sich wirklich die nächste Rallye, die vielleicht jetzt gerade ansteht, ja, wie gesagt, das sieht schon wieder ziemlich bullisch alles aus, dann könnte man eben anfangen, vielleicht kleine Positionen aufzubauen. Ja, ich bin aktuell eben auch Long mit einer kleinen Position und das Schöne ist, man kann die gut halten. Ja, selbst wenn jetzt quasi, wie gesagt, das weiter nach oben geht, dann fällt das hier eben mal auf 19, vielleicht auf 18,50, aber man geht davon nicht pleite. Wenn dann aber der Crash kommt oder wenn eine starke Korrektur kommt, dann ist man eben voll dabei und das Ganze reagiert eben sehr, sehr dynamisch und man steigt dann hier eben wirklich innerhalb kürzester Zeit auf Höhen von 23, 24, 25, 30, 40. Das sind alles Ziele, die wirklich innerhalb von ein, zwei Tagen sogar erreichbar sind, wenn es eben wirklich große Verwerfungen an den Märkten gibt. Das muss man natürlich dann glauben bzw. das muss ein Szenario sein, worauf man sich eben entsprechend einstellen möchte. So, jetzt kommst du an die Reihe und zwar zweimal kommentieren. Das erste Mal, kennst du den Wix schon, kanntest du den schon? Würde dich das interessieren, das zu handeln? Und jetzt kommen wir zum Tippspiel. Ich habe mir überlegt, das wäre vielleicht eine coole Sache, wenn wir mal hier so ein Tippspiel veranstalten. Ja, jeder hat ja eine Meinung zum Markt und so kann jeder vielleicht noch ein bisschen Geld verdienen einfach. Und zwar nenne ich das Tippspiel Du gegen mich. Und zwar tippen wir den Euro-US-Dollar-Stand zum Ende nächster Woche. In dem Fall heißt das, wo steht der Euro-US-Dollar am 10.03. zum Handelsschluss? Ja, also 22,59 und 59 Sekunden, sage ich mal. Ich gebe einen Tipp ab und du schreibst bitte auch deinen Tipp in die Kommentare. Und wer am nächsten dran ist, der gewinnt 50 Euro. Ja, also das heißt, wenn ich richtig liege, muss ich nichts zahlen. Und wenn du richtig liegst, dann kannst du 50 Euro gewinnen oder dann gewinnst du 50 Euro, sagen wir es mal so. Also ich finde das eigentlich eine ganz coole Sache, eine ganz witzige Sache. Also ich hoffe auf rege Beteiligung. Und wenn das gut ankommt und dir gefällt, ja, dann gib mir auf jeden Fall auch ein Like. Aber dann werde ich das auf jeden Fall wiederholen und weitermachen. Also ich finde das auf jeden Fall eine coole Idee. Und also mein Tipp für den 10. März 23 Uhr oder sagen wir mal 23 Uhr, ist, dass wir bei 1.07.500 landen. Ja, ich mache eine ziemlich gelatte Zahl. Also hier ungefähr ist so mein Tipp, dass wir in 5 Tagen entsprechend stehen. So, jetzt hau unten in die Kommentare rein, was du meinst. Und wir sehen uns auch im Chat. Ja, da können wir das Ganze dann eben auch noch weiter vertiefen. Und ansonsten, wie gesagt, freue ich mich über ein Like. Und jetzt kommt eben noch das Video, was ich dir einfach nur empfehlen kann. Das eingeblendete Video passt genau zum Thema und dürfte sehr interessant für dich sein. Deshalb erst abonnieren, dann profitieren. Dann sehen wir uns gleich im nächsten Video.